Ich regeneriere ihn nicht mehr beim Laufen Auch nicht, bei mir zieht's ab Langsam Oh, ich hab was für links Das wäre jetzt kein... Oh ja, ich seh's Das wäre jetzt kein... Oh ja, ich seh's Das ist ein Skeff Das ist ein... Spieler ist das, oder? Das war ein Spieler Ist er weggerannt oder tot? Weggerannt, hinterm Berg ist der gegangen Ne, der war doch hier hinter dem Baum, Alter Er schweißt den in die Blendgranate Das Christli hat doch so schön reingepasst Alter, ich hab mich jetzt so Geh mal Ich hab da oben hinter der Mauer was... Ja Hast du's gehört? Es kommt auch was von dort Ne, ich hab ja keinen Ja Don't shoot man, stay Achso, ich hab den schon zusammengefackelt Achso, ja dann erschieße ich ihn Es kann nämlich sein, dass es jetzt ein Roach war Und dass wir im Arsch sind gleich Achso? Ja Ja, das ist leichter gesagt als getan Weil ich... keine Ausdauer Ich schmeiß meinen Rucksack weg Ja Da war ich jetzt zum Schluss an dem Felsen drum herum getanzt Ja Das ist der Schrotfindentyp Mann, lasst mich meinen... Das war doch glaube ich ein Spieler, oder? Den ich da als erstes umgeniedelt hab Würde ich mal so sagen Würde ich mal so sagen Ist das ein Idiot? Ich hab ihm gesagt, er soll nicht schießen, aber... Brauchst du noch ein Propangas, oder so? Nö, ich krieg nichts mehr mit, ich hab bloß so einen kleinen Rucksack Er hat das wahrscheinlich auch nicht machen wollen, aber ich hab halt auf ihn... Ich wusste nicht Don't shoot, da flog mir schon gekugelt aus meinem... Aus meiner Kugel... Aus meiner... Naja, er kam... Du hast das... Du hast einen nervösen Finger, ne? Ja Unter dem Felsen... Ja, ja, keep talking, you shit Da, die Fresse hab ich ihn eingeschossen, dem Idioten Seine dumme Schnauze... Das kann ich nämlich immer leiden, verstehst du? Diese Großfressen mit ihrem Gegröle hier Das ist wahnsinnig Ich will doch bloß wissen, ob ich hier einen Spieler erschossen habe Alter, seid ihr noch zu retten? Was? Wie schnell war er denn weg? Alter, du trickst dich aus, Junge Welche? Einmal schlauer als ins Kef, Junge Oh, 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 oh! Du hörst dich an wie ein Benji, Mann. Matze, das war eine gute Entscheidung, wenn du schießt. Ich sag's dir gleich. Oh, scheiße. Ja, jetzt sind die Roche. Ja, jetzt sind sie tot. Sehr gut. Aber die sind nicht akkurat auf dich. Nimm mal meine Sachen. Wenn sie nicht akkurat auf dich sind. Ach so. Ich weiß gar nicht, wo du legst. Doch, war ein Spieler, war ein Spieler. Tatsache, in der Tat. In der Tat. Ich hab' den. Okay. Genau. Alter. Ich hab' den. Alter, wie die Enden. Sehr gut. Alter, da hat ja gekämpft hier irgendwie weiter. Naja, das wusste ich doch. Hier, verantwortlich auf den Zaun geschossen. Hab' ich doch gesagt. Pack deine andere Sachen in dem Rucksack und nimm den Rucksack mit. Und ich schmeiß mal das Trinken weg. So, jetzt kommen gleich die geilen Sachen. Jetzt pass auf. Hier. Ja. Das Tetris gehortet hat. Wir müssen rennen jetzt, ne? Wir müssen rennen, 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 rennen. Okay. Und dann auch ein Zigzag rennen, ne? Die letzten gehen wieder drauf. Ich weiß es doch. Au, au, au. Ich bin tot. Ja, ja, ja. Aua. So sein. Hier hinten. Hier hinten. Hier, 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 hier. So, hier. Hier muss man draufschlanken. Alter. Der ist auf der Strecke geblieben. Aber nicht auf uns, oder? Hör die Besuche. Ist du durch? Ja. Lass den Scaf mal in Ruhe. Der hockt hier vor mir. Und da kommt was. Den hat er mit der Pistole stehen. Den hat er zusammengefackelt. Was schlägst du? Ja. Ich weiß nicht, ob hier noch ein Zwerger ist. Was? Wie ist das denn? Das Ziel ist ihr Licht. Ja. Wenn das klappt, mache ich's den Rose-Grenze. Wirklich? Soll ich hin? Geile Geschichte, Alter. Ich meine, das liebe ich an Lighthouse. Scheiße, ich hab das Exit gar nicht. Was? Ich bin noch drin. Nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Nee, ich bin noch drin. Ich muss Kräuter, ja. Oh nein. Er lädt nach. Scheiße. Die sind voll arschlich. Richtig, meine Autobatterie. Was machen wir jetzt? Bist du jetzt voll? Ja. Kannst du weiter gehen? Ja. Dann jetzt rennen. Und zwar nach vorne. Wieder zigzag, ganz schnell. Aua. Aua. Mama. Mama. Das ist Assis. Hier stehen bleiben. Hier Kraft tanken. So, Schmucklerboot. Ist es da? Ja, nein. Ich will mal optimistisch sein. Ich sag mal ja. Ja. Und wer dann natürlich wieder enttäuscht. Da willst du schon mal ein Optimist sein und... Äh. Ich hab doch hier einen schreien gehört. Was da los? Was war das denn? Oh, da waren das wieder bloß... Soundbugs. Dann laufen wir nochmal hier lang. Ich bin fertig. Lass die Arme, ist doch scheißegal. Also übrigens, du hast dein Bild im kleinen nur. Oh, im Stream. Oh, oh. Danke, Benji. Oh, Mann. So ein schöner Raid und alles noch mini. Oh, es geht schon wieder los, Junge. Aua. Komm rein. Komm rein. Im Morgen wieder. Heute nicht mehr. Wieso haben sie dich erwischt oder was? Ja, ich lieg tot vorm Tor. Meine Batterie... Es met an... Achso, es met... Es war... Es war ein Spieler sogar, Alter. Oh, eine Birke. Wunderschön. Ich mag Birken, aber die halten nicht so lange irgendwie. Bei uns im Garten sind die jetzt alle morsch, verfault und so. Eine Birke ist kein Baum fürs Leben. Nur mal so am Rande erwähnt, falls sich jemand mit dem Gedanken trägt, sich eine Birke anzuschaffen. Ja, später. Habe ich doch... Aber ich hatte Steps. Ich habe gedacht, die Steps kommen von tot. Und dann habe ich noch was an sie jetzt gemacht. Ich hatte alle riechenden Pläne. Ich hatte eine starke Probe. Ansonsten schlafen die Betrachtspotten. Das ist ein Bande, was zu tun ist. Scheiße, was war mit meiner Nade, Alter? Soll ich es riskieren. So, jetzt kommt hier wieder Meisterschützer. Sie bewegen sich aber auch. Just in dem Moment, wo ich die Luft anhalte, schwingt er seinen Astralkörper. Ist noch einer. Ich denke mal, wir haben erschossen. Er murmelt jedenfalls nicht mehr. Da ist einer. Ich auch. Ich habe gerade gesehen, Alter. Da rennt was. Sehr schön. Das war ein Skeff, oder? Ich denke schon, ja. Die schrien wie ein Großer. Bei mir hat er gar nicht geschrien. Das war ein Spieler. Geil. Er kam hier raus, ja. Hier ist er. Ich gehe in die erste Etage. Folge dir. Ich bin hinter euch. Ich gehe in die zweite Etage. Hier liegt eine Leiche. Hier liegen einige Leichen. Das ist zu behaupten. Okay. Wer schmeißt Granate? Wer hat die geschmissen? Ich nicht. Ich bin hier hinten. Am Marktrum. Okay. Warte auch in der zweiten Etage, oder? Nein, nein, nein. Ich bin hier im Marktrum bin ich. Nee, die Nate. Kann sein. Du bist aber den dritten, oder? Ja, wir sind alle hier. Ich bin hier, wo das Licht leuchtet. Oh, also ich war bis hinten. Da ist nichts. Ich sichere jetzt wieder den Dings. Dann könnt ihr in Ruhe. Wie das? Ey, danke, dass du mich erschossen hast, Alter. Ich habe nicht gewusst, wo du bist, ey. Seht auf einmal hinten sitzen. Ich sage, ich mache hier Licht. Oh, danke. Dann Scarif.